2. 1. 2. 1. 3. 4. 5. Ich bin in Richtung Westen gelaufen. Ja, ich auch. Sollte ich kommen irgendwie? Ja, ja. Traum im Server. Ach so. Hallo, willkommen zur Folge. Oh, ich hab gar keine Rack dran. Egal, du konntest nicht wissen, was du joinen kannst. Ja. Ey, willkommen zur Novo Trio mit Fisch-Torget und der Läuse. Ey, da unten ist der Zinger-G unter der Öle. Wollen wir töten? Ey, nein, lass ihn in der Arme. Der ist sicherlich wohl Iron. Ja, würden wir aber vor allem uns ranfarben? Wo soll ich dir, wo soll ich dir? Ja, ich hol grad Steuern. Ich hol an mir einfach mal Holz. Ich hol Steuern gerade. Ach, nur Westen? Ja, Richtung Westen. Der Wilde Westen sind wir, wir sind im Wilde Westen. Ey, warte, hier droppen Bäume. Alter, hier ist ne Schlucht. Ey, warte, hier droppen Bäume. Ich schau, ob hier Äpfel sind. Hier ist Ultrafield Iron. Hier sind keine Äpfel. Nichts gut. Richtung Westen habt ihr gesagt, oder? Ja. Die Katze ist doch wieder geil. Jeder auf dem Server hat ein Rücke jetzt. Perfekt. Digga, der hoopt da wieder draußen. Bei mir ist Fisch getoggelt. Ja, sag ich doch. Und unter sich Lose. Heiter die. Lose macht halt vor uns alle jetzt schwer, danke. Hau hin. Hab ich nicht, aber okay. Ich hab's dir gesagt. Ja, ich hab dir nicht zugehört. Aber ich kann's euch heute noch machen. Na, rankin. Und ich, oh. Krieg ich essen? Essen haben wir doch selber noch gehabt, oder? Also, kein Essen. Wir fahren jetzt essen. Wir töten jetzt Tiere und ficken Tiere. Also, um Zuckerraum mach ich mir eh keine Sorgen, da Fischi toggelt. Tiere, alter Fischi. Wie ich meine, ist der Fischi toggelt? Ich hab's scharf geschlachtet. Die Schnauze, du Bastard. Sollt ihr Richtung Westen weitergelaufen? Ja, ja, ja. Melchior hat gut geschmeckt. Alter, hier ist ein Schwein. Hat gut geschmeckt. Tut als Schwein. Warte, wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen schräg laufen. Es gibt mehr Erfolgsschweiß. Welche Richtung lauft ihr schräg? Wir laufen schräg Richtung Nordwesten. Ja. Alles klar. Weil das ist ein Dorf, das halbeste halt. Also, ihr seid ja in diesem Fichtenwald. Ja. Ja. Das wird mir angezeigt, ich weiß. Da kann ich halt nichts machen, ne? Alter, ich sehe Unterstrichläuse. Damit, Bokaros. Ne, finden wir noch, aber alles gut. Natürlich finden wir das, ne? Boah, wir finden gar nichts mehr. Die Borders Arsch ist eigentlich ziemlich klein. Das ist halt auch bei der... Richtig. Und den Pharoah haben wir auch... Und den Schreib. Alter, Lukas. Du bist so eine Sau. Hier, nimm. Komm rein, komm rein. Ja, lass mich den Tor nicht. Ja, komm. Weil die sind unsere Garnettiere. Echt hoch? Ja, alles gut. Der hatte ich schon. Was sagt Leusel an? Ach, halt's, Leute. Mann. Du bin mit der Hund und so, Digga. Deine fette Mutter steht auf kleine Asiatische Niggaschwänze, Digga. Das ist nicht wahr. Oh, 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 oh. Alter, ich hab... Ich hab... Vorher mit Dave gecallt und ich hab gesagt, dass meine Folgen aus Rassismus und Full-Engine bestehen werden. Also, ich hab halt irgendwie schon... Also, Teil ist schon recht. Also, Dave ist schon mal richtig. Ja, Full-Engine ist, glaub ich, verboten. Ja, aber... Also, bisschen Engine. Ja, hä? Alter, musst du nicht voll den Titel... musst du nicht voll den Titel verteidigen? Nein. Du musst dich wieder erholen. Ich hab auch... Er lags. Er lags. Haha, das steht da einfach. AAAAAAAH! Yes! Ich hab... Ich hab... Ey, ich hab das Erste gewonnen, nicht das Zweite. Ach so. Ich hab ein Zweites? Zweiten. Ja, im Zweiten war ich noch im Finale. Ich bin Mod. Oh, sorry. Ich... Ich... Ich hab ja gut mehr. Ich hab ja gut mehr. Ich hab ja gut mehr. Ich auch nicht. Auch nicht. Schlecht von euch. Das ist gut, Jungs. Bauer nur beim Witz. Ey, wir... Wir falten noch Noah. No, 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 sprint. Ey? Guck mal, wie krass ich ein Moven benutzt. Na, aber gleich haben wir... Noch ein... Ich mach auch so gar nicht in meinen Zwischemes Kacke, Digga. Wieso laufen wir jetzt schlechteste Biome eigentlich rein? Ja, das ist schon... Keine Ahnung, wo... Kann ich das vorher sein, Fred? Das ist ja... Woher soll er denn wissen, dass man durch dieses Biome muss, um Dorf zu finden? Eben. Ich kann nur jetzt Dorf sehen, nicht die Biome. Die davor sind. Sorry. Waren wir ja nicht bewusst. Ich kenn deine Cheatlands nicht. Ich kenn deine Cheatlands nicht. Höhe! Oh, die werden ja nämlich auch angezeigt. Hm, glaub ich nicht. Dachte ich ihm... Dachte ich mir halt. Naja, okay. Ist ja klar. Also im Fahrer wurden sie ihm auf jeden Fall angezeigt, Digga. Er hat mehr Kühe gefunden als ich... Weiß ich nicht. Das Zuckerrohr! Alter, was? Wie viel? Guck, ich sag's doch. Acht. Acht Zuckerrohr hab ich. Alter, ich hab vier. Dann Zuckerrohr und Dinger und Dinger und ein paar Chunks oder nebeneinander. Dann werden wir ja vier an gezeigt. Ja, vier Zuckerkeln. Wir können schon mal ein paar Bücher machen. Ja, wir müssen... Vier. 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 清 Euch. Vier. Vieranturcha... 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 Ist nicht das obvierter. Vieranturcha... Oder Teufel. Vieranturcha... Tack,agh, Wattheab Ca. deteriorationen in die Aufmerksamkeit. Was besser gemacht wurde, da gibt es noch wo? Du sagst Alte und wie wir in denミeln, da gibt es noch welche... store und die Aufmerksamkeit der Apostel... Ja hier, kann ich nicht ausschăm лишieren. Die Entschörten du schon auf mich nicht leeren... Also mit Fisch... Also mit Firmen tries... Weil das Käfig... das bringt ja die Kälte das wird so ich bin zugegangen das ist so kein Wünsche schritten oder fest und aber ich weiß nicht wie wir verbrauchen mehr Futter zu finden es ist auch hart ja auf easy juckt, wir können ja nicht machen mein Chef war auf dem Fahrt natürlich wenn wir so viel Lava sehen, so viele Schrauschen nicht umzubringen, Fischi mach mal einfach einfach mal ein Macher sein ja dann könnten wir ein Urlaub stellen, ich hab 6 Hühnchen ja ok, dann machen wir das glaube ich echt ein bisschen ja hier auch mal Stein, ich hab keine Päcke mehr, hier ist Stein bei mir ja ich hole ja hier ist überall Stein aber hier ist richtiges Stein ja du riechst doch aus Mosi Kappelstall oder nicht? hier ist normaler Stein, du fetter Bastard, hier ist ne Kälte ach ja, aber wir haben ja auch ne Kälte, ich wusste nicht wo und hier ist ein Baird ja, wir haben auch ne ja 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 ich hab auch noch mal, ne ich hatte auch 3 was? was? Dein russ ist nass alter, der legt auch noch nicht zu schick auf der Fischer fleißig, ein Mechanon he so ein die Blüten soll ich meinen Cocktail verhalten? ah ja 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 langer Leck bei Fischi-Tongue ist als er das nicht gleich Naja oh komm mal wie da drauf steht, guck mal ich wollte zu sagen, ja, und flieg ich erkund mal weiter einfach es war uns es ist halt ein bisschen Art, jetzt sag ich es weg ist na, es war immer beim Food, aber dieses Biom geht weiter, ne, hier ist es hier mehr ich weiß, wir sollten eher rausfinden aus dem Biom hier geht es halt nicht weiter, hier ist ein mehr ja, wir können auch mehr fahren, aber ich weiß nicht, das ist wirklich viel Klippe im Border ist das schon, ist das Dyskot raus, was ist das? hier ist ein Unterwassertempel, Digga, da sind neun Goldblöcke drin ich bin wieder da, oh mein Gott ey, yo, Fischi ich hab ein Unterwassertempel gefunden, da sind neun Goldblöcke drin, ne ich bin getipet, jetzt hab ich der Connection Frontal ja, Opfer ja, aber das wird ja bis jetzt mal da reinkommen ja, aber wenn wir das von Iron machen, können wir da locker rein, oder nicht ich weiß nicht also neun Goldblöcke, wenn ich heute schwecken, Digga und neun Schirm, nehmen mir zu und glaub ich nicht, dass das so geil ist also, ihr überlebt das nicht, ne ich glaube auch nicht, dass ihr das überlebt, tatsächlich cool na, ich glaube, das ist halt schon hart echt? warte, ihr habt jetzt gerade meine Food auch mitgenommen, nicht zurückgelassen ich hab einen Food, also es ist gar nicht so, dass ich halt einfach was geben kann, ne ich bin halt komplett noch bei den Öfen oh, ich hab Schweine gefunden gleich, nur seitens mal gucken, dass ich joinen kann schweine gefunden ja, ich bin ein bisschen weitergelaufen, guck das ob die Zuckerrolle an der Hand ist die ist halt mehr ja, wenn du joinst, dann nimm einfach den restlichen Food mit ich lass dir das einfach mal da ich weiß nicht, ob wir über das mehr fahren wollen nein, nein, nein wir sind ja noch 6,4 Blöcke von Bonner weg ich versuche einfach weiter, Fischer das ist falsch, ne warte einfach ein bisschen, bei mir hat das ja auch Food zu ich weiß nicht ja, bei mir hat das einfach First Trifle funktioniert nachdem ich so paar Minuten gewartet hatte ja, eben nach dem Support ich war ausgetappt und hab dann versucht und dann ging's wirklich, ich krieg hier Craves weil das ist ja okay ne, ne naja, hier ist kein Zuckerro mehr hier ist schon ne Workbench, du wir haben gekackt hier sind doch wirklich schon im Meer also, hier sind... also, wir haben nix wir müssen in eine neue andere Richtung Fischer ey, wir müssen zurück zu Fischer jedoch wir müssen in eine komplett andere Richtung na, ich sehe Sugarcan oh ich weiß, wo wir lang müssen Alter, das ist richtig viel äh... sag mal kurz ich bin nach rechts gelaufen äh, ich bin... dann bist du nach Osten gelaufen, oder? ja, du bist nach Osten ja, ich bin nach... in eine andere Richtung gelaufen äh... minus 730 minus 775 und dann da mit dem Boden natürlich muss ich nach... natürlich muss ich nach Osten wenn ich mit euch fliege spiel warte mal, ich... äh... ich fag kurz mein Boot und dann sag ich euch, wo ihr hinmüsst ey, warte, wir können Supes machen mach das minus 680, minus 810 DER TÜRKE ja ja, da war ich auch grad verwirrt und minus 820, ne? ja also, natürlich habe ich nichts gegen Türken, das möchte ich nur mal klarstellen ja ja äh... äh... hihihi Alter Fischi Toggle, das geht Alter, so klausigweise äh... äh... Fischi Toggle, hinter dir ja ich hole auf nein, mach's nicht, wieso? Digga, ich legge, sag mal Vollgas ich hab Windschatten von Fischi, heißt ich legge ich warte halt auf euch jetzt hier und dann fahren wir zum Sumfgemeinde was, Leute, das ist ein Boot, Digga, das war in der Fahrtiswand nö, mein Boot? ähm, boah, ich bin im Wurm, äh, im Sumpf was? hä? ihr seid schon im Sumpf, ach Digga, ihr seid schon vorbei an mir, ja lol lau hier ist mein Boot den müsst ihr mich doch gleich sehen eigentlich weil, Leute, mein Boot ist aber despawn, tatsächlich ist einfach weggefahren von mir ich nehm mal Lillipads mit oh ja, mach das Digga, ich spiel jetzt einfach 3 Warsos, was soll das? ich bin in allen anderen tot ha 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 du sagst, ah, gut, den Sumpf, ich seh gar nicht ja, ich seh auch keinen Zucker rein, ich weiß ja nicht, was du meinst der Leck, der steht hier und fliegt hier ist so ne, hier ist so ne, hier ist so fliegende Insel, Jungs hier ist ein fliegender Fischi nein, ehrlich, das ist so fliegender Fischi ja, von sind ja einfach blöcke geplaced, die Gärten sind einfach angelogen ich wusste ich, dass der andere ist das, ach, Fischi, äh, nicht Fischi ich weiß, ich soll die fliegende Insel drauf nein ja, ist, äh ist das eine Kaste gebaut, ach so ja, dann ist das ne Start-Insicht, ich weiß nicht warte, was war ich in unserer Start-Insicht, wir wissen das gar nicht da war voll Food drin in unserer Start-Insicht ne, wir sind immer Spawn-Spawn-Spaw nein, sind wir nicht, aber in der Start-Insicht war ein Kiste, da war Food drin und so da ist Self-Food drin ja, egal ja, lass drauf ist ja Arsch ja egal, wer ist das ein bisschen Food im Sumpf ist halt Arsch, das ist einfach im Prinzip überall, der jemand selbst da war, so, weißt du ja, wie viel Zucker warst du denn? 17 ja, ich hab 8, das bist schon obwohl der im Trio kommt ja, der hat mir gar nichts ja, dem Trio kommt, das ist was dann ja, das ist was weich ist, oh mein Gott, Zuckerrohr well äh, officialweise schaut einfach Full-Dier endlich Full-Dier wo ist mein Boot kaputt machen, du Schwanz? nicht gleich wo ist die Zuckerrohr? ah, da tschüss ich bin nicht Zuckerrohr, ich hab verzeiht, ich hab immer äh, sorry ich hab's zu mir, ich hab's zu mir hier ja ja, ich komm äh, bin weg